Heute, vor genau einem Jahr, erschien das Musikvideo zu Sommer. Als Single-Auskopplung unseres bahnbrechenden Albums Topfpflanze erreichte es bisher 243 Klicks. Seit diesem Video konnte unser YouTube-Kanal die Abonnentenanzahl von 18 erreichen. Wir sind immer noch sehr stolz auf dieses herausragende Meisterwerk. Ich glaube, diese Sommer-Song war in März, ich glaube 19. Und es war eine sehr spannende Zeit für uns als Band. Wir hatten noch viel Erfolg, aber wir hatten zwei Studio-Albums. Und ich erinnere mich von Mike zurück aus einem kleinen Walk. Und er hatte diese Lyrics für Sommer. Und er war sehr emotional bei der Zeit. Und Robert machte einen Schlag und wir haben ihn genannt. Und wir haben ihn genannt. Es war ein großer Erfolg. Ja, Sommer war damals wohl der Durchbruch für uns als Band. Ich habe zuvor nur als Background-Sängerin für die Band gearbeitet. Aber so konnte ich meinen Job als Supermarkt-Kassiererin an den sprichwörtlichen Nagel hängen und mich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Ja, tolles Lied. Ja, damals waren wir in einer kleinen Krisenphase. Ich bin ja der Hauptproduzent. Und ich war nicht einverstanden mit der musikalischen Richtung, in die wir vorgehen sollten. Und dann kam Mike von diesem Spaziergang zurück. Und wir fühlten die Energie. Wir wollten etwas schaffen, was wie von der Straße klang. Etwas, das man auch in einem Deutschrap-Sender spielen konnte. Und ich würde sagen, mit diesem Experiment ist es uns sehr geglückt. Wir haben damals ein billiges Musikvideo dazu gedreht. Wenn man es anschaut, man sieht der Darsteller. Er ist gar nicht bezahlt worden. So schlecht hat er gespielt. Es sind kopfte Zahne. Die Schickern auf den Jungs. Ich gehe jetzt in Kontakt mit uns. Ich bin so gut zu mir raus.